In einer geriatrischen Tagesklinik haben wir die Möglichkeit, Patienten aufzunehmen mit einer akuten Erkrankung oder einer chronischen Erkrankung, sei es nach Sturz oder akuter Infektion oder eines Herzinfarktes, werden die Patienten individuell betreut und wir versuchen den Patienten für zu Hause wieder so fit zu bekommen, dass er den Alltag alleine bewältigen kann. Das passiert mit einem multiprofessionellen Team aus Pflegekräften, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzten, Logopäde und Psychologe.